Kennt ihr den Wohnstil Minimalism? Weniger ist mehr? Dieser Wohnstil ist geprägt von einer klaren Formsprache und einer zeitlosen Eleganz. Hier werden Accessoires und Einrichtungsgegenstände reduziert eingesetzt und bei den Farben eher neutrale und klare Farben ausgewählt. Hinter mir seht ihr den warmen grauen Ton Moon, der edel und zeitlos ist. Dieser Farbton steht für Understatement und lässt sich wunderbar mit anderen Farben kombinieren oder ihr setzt dezente Farbakzente mit dem Petrolton Frozen oder dem klaren Roséton Pudre. Der Wohnstil Minimalism ist geprägt von der Sehnsucht nach Einfachheit und Ruhe, indem man wunderbar vom Alltag abschalten kann. Einfach mal die Ruhe genießen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017